So, Päuschen rum. Werbung auch vorbei. Ah, hat gut geklappt. Dann wollen wir mal. Ja, schneller. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe alles wieder angeschalten. Ja, passt. Da liegt was. Dort snacken wir uns. Äh, was? Triff dich. Nein, ich will nicht reisen. Was soll die Schatzkammer sein? Willst du mich verarschen? Ähm. Äh, ne, ist sie nicht. Gut. Oh, ii. Was gibt es denn hier für irgendwelche Viecher? Blutkiste. Au. Die greifen doch bestimmt gleich an. War mir so arschklar. Max. Oh, der steht noch auf Heil und gut. Okay. Alter, was kommt da? Was watschelt denn da für ein Megafi rum? Ich will einfach nur die Lootkiste haben. Lass mich mal bitte in Ruhe. Schön, danke. Mutti, Alter. Was ist das denn? Holy shit. Na, dann kommst du. Komm. Wo? Hä? Wo? Ähm. Da ist er. Kann ich hier? Ich kann hier gleiten. Nice. Nice, nice, nice. Schon wieder ein neues Gebiet. Hä? Ich muss ja da mal alles aufdecken. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Schnellreisepunkt. Falls man hier nochmal hin sollte. Okay. Ich muss ja da mal hin. Ach, nö. Oh, nö. Lass mal. Ich will nicht kämpfen. Hä? Wo muss ich denn hin? Oh, wow. Ist das was für mich? Nee. Okay. Nee, nee. Nee, nee. Lass mal. Ja. 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 Oh, die Stampfhörer hört sich an wie die von den fetten Viechern. Oder von den fetten Viehen. Ähm, okay. Weiter geradeaus. Krieg ich schon mal noch gebacken. Da hinten soll's sein. Ha. Nee, warte mal. Talan D. Ich muss mit dem Reh sprechen. Ach, da... Och, bin ich mit Blind. Alles... Alles klar. Ich habe die Karten. Damit sollten wir das dunkle Herz finden und Lord Fulminis aufhalten können. Ihr habt angeordnet, dass sich mein Trupp zurückzieht. Habt euch der Verstärkung der Gormax gestellt. Wir verdanken euch unser Leben. Ich bin nur aus einem Grund hier. Lord Fulminis darf Vos nicht zerstören. Viele Gormax sind durch eure Hand gefallen. Ihr seid ein großer Krieger. Genau wie mein Mann. Ihr erinnert mich an ihn. Stark. Wild. Ein Instrument des Willens der Mystiker. Seht den Hüter des Ruhms. In seinen Augen lodert die gerechte Macht. Seine Haut gebadet im Blut des Feindes. Seht den Ruhm und die glühende Wut. Je eher wir beim dunklen Herz sind, desto eher können wir Fulminis aufhalten. Ihr habt recht. Jetzt ist keine Zeit für Polsee. Entschuldigt. Die Karten zeigen den Ort, der in Valendars Vision beschrieben ist. Wir konfrontieren Lord Fulminis dort. Das dunkle Herz ist voller Raubtiere. Wir trennen uns. Kleine Gruppen lenken weniger Aufmerksamkeit auf sich. Sagt mir einfach, wie ich dort hinkomme. Ich werde die Kammer auf eurer Karte markieren. Wir treffen uns dort. Valendar hat es vorausgesehen. Das ist ein guter Schwung. Was ich hier auswähle. Ich muss nach da oben. Dann fahren wir da doch mal hin. In der Zwischenzeit. Oh, dritten Grad ist hier. Endlich. Warte mal, ich muss anhalten. Und du machst nur den zweiten Grad des Aufgaben. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Das möchte sein. Komme ich da hinten lang? Oder kann ich mich dort hochglitschen irgendwie? Ah! Ich folge einfach dem Fluss. So geht's auch. Hm. Ich möchte aber nicht unbedingt kämpfen müssen hier. Alter, diese Monster. Die sehen irgendwie wieder geil aus. Weiter geradeaus. Alter, was ist das denn für eine St... Drecke. Hip. Was ist... Ach nee, das ist rot. Na dann. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Nein, aus. Ich schmecke nicht. Verfolgt ihr mich? Die verfolgen mich wirklich. Oder willst du mich doch verkacken. Einmal du spawnst direkt vor... Das hole ich nicht. Du spawnst direkt vor mir. Was soll denn das? Ist frech. S сдел widow. Ich zeige mich doch... Wie dass ich det. Ich erzähle mich doch Fluss mit dir. Bereit bin ich ehrlich zu. Du kannst dich... Waffe... Ich versuch's���北 rapport. Mein Leben. Ach ne, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Schon wieder ist dort was gerade. Sonst nix. Ne, okay. Kann ich dich tatsächlich wieder auf Schaden einstellen, hä? Na ja, komm. Den klatschen wir auch noch weg. Easy. Hallo? Ja, so geht's. Schweres Grünes. Ei. Oh, äh. Sind denn verteidigte? Ach du Heimatland. Ja, komm. Scheiß drauf. Haben wir das jetzt ausgetauscht? Dort genau. War das dort? Ja. Äh, das wird verkauft. Haben wir halt überall so eine Blaster. X-Tascha. Cool. Abonnier mich. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es kein Problem. Das ist das. Ich muss da lang. Aber sonst zu looten gibt es ja nix weiter. Okay. So macht man das. Oh nein, ich hätte den Dings vorher aus Dings Heilen einstellen sollen. Ähm. Ähm. Der Mystiker, der Mystiker, reißt die in Stücke, tötet sie alle, vollendet das Ritual, entfesselt die Plage. Okay. Ihr seid also das Wesen, das im dunklen Herz lebt. Warum zeigt ihr euch nicht? Selma Kor hat keine körperliche Form. Seine Macht wird durch Avatare und Diener kanalisiert. Aha. Ich weiß zwar nicht, was für ein Spiel ihr gespielt habt, Mystiker. Aber wenn ich mit diesen Eindringlingen fertig bin, kümmere ich mich um euch. Okay. Für den Imperator. Für Odin. Ich weiß nicht, was für ein Spiel ist. Ich weiß nicht, was für ein Spiel ist. Ey, das ist fies. Hör auf! Ha. Künden wir euch da jetzt gedacht. Fremdling, euer Sieg war wohl verdient. Meine Vision wird bald erfüllt sein. Eine Plage des Wahnsinns und wollte ganz wurscht damit infizieren. Milliarden sterben auf furchtbare, grausame Weise. Das Gemetzel greift auf dem gesamten Planeten um sich. Selmakos Hilfe war notwendig. Ist er so eine Art Geist? Ich träumte vom dunklen Herz. Geheimnisse wurden offenbart. Der Kern ist am Leben. Intelligent. Ein Wesen aus reinster Bosheit. Ein Wille ohne Körper. Selmakor. Wenn niemand etwas unternimmt, wird sich die Korrumpierung über die Albtraumlande hinaus verbreiten. Selmakor muss vernichtet werden. Sonst wird Brust verzehrt. Ich habe Fulminis begleitet, damit Talaree uns folgt. Denn nur sie kann Selmakor vernichten. Na, Selmakor ist die Furt. Dunkelheit. Ein Wurzeln vernichtet. Ja. Ich werde ihr helfen. Ihr habt euren Beitrag geleistet. Ihr habt die Karten aus Gormakors geholt. Ihr habt Fulminis besiegt. Ohne euch wäre Talaree jetzt nicht hier. Ihr Würdige, sagt mir, was ich tun soll. Steigt die Stufen hinab in den Schlund des Selmakor. Stellt euch dem Bösen, das dort haust. Vernichtet es. Reinigt Wurz. Ihr werdet nicht überleben. Euer Opfer wird ein Jahrtausend des Friedens zwischen den Vos und den Gormaks einleiten. So wird meine Vision erfüllt. Äh, ja. Ich kann doch nicht von ihr verlangen, dass sie ihr Leben opfert. Das ist meine Bestimmung. Meine Taten werden ganz Vos retten. Nein. Entweihung. Erniedrigung. Brennlichtung. Das darf nicht sein. Hedi, werft den Wüstiger in den Schlund. Belohnungen. Macht. Selmakor bietet sie euch. Wie euren Vorgänger. Was sagt ihr da? War vor Fulminis etwa schon mal jemand hier? Vor Jahrzehnte. Ein Sith. Mächtiger als Fulminis. Ankommen wurden getroffen. Macht wurde gewährt. Beeilung, Talare. Die Zeit wird knapp. Ich gehe. Die Vision endete dort, wo wir jetzt sind. Fulminis war durch eure Hand gefallen. Wir drei standen am Abgrund. Einer muss hinabsteigen, um Selmakor zu vernichten. Ich diene dem Willen der Mystiker, wie es auch mein Mann getan hat. Unsere Namen werden für immer in den Liedern vereint sein. Es ist vollendet. Talarees Opfer öffnet den Weg für ein neues Zeitalter des Friedens auf dieser Welt. Ich danke euch, Fremdling. Ihr habt ebenso viel Treue bewiesen wie ein Voss. Die Kunde dessen, was hier geschehen ist, sollte überall auf dieser Welt verbreitet werden. Das ist das Mindeste, was Talare verdient. Man wird Gedichte schreiben. Familien werden ihr Loblieder singen. Wir werden ihrer Ehrenfolge denken. Ich kehre jetzt nach Oskar zurück. Rebt wohl, Fremdling. Oh, rein. Und zu meinem Schiff zurück. Sonst gab es hier nix mehr. Nö. Republikanisches Viertel. Lagerteil. Maramadingsbombs. Irgendeine Außenpost. Ich glaube, ich muss tatsächlich da hin. Ja doch. Ich... Ja doch, ich werde da hin müssen. So. Aber erst mal verkaufe mal ein bisschen was. Erst mal... Ein sinnloses Unterfangen. Diese Leute interessieren sich nur für sich selbst. So wie du? So wie jeder? Äh, mein Schiff. Ich funktioniere gerade mit maximaler Leistung. So kann ich Ihnen noch besser liegen. Oh nein. Oh, die will auch mit mir schnacken. Äh, ich gehst wohl zu den anderen. Erst mal hier zur Schnattertante. Hm. Es kann doch nicht so schwer sein, eine schreckliche Krankheit zu finden, die ich heilen kann. Aber alle Guten sind schon weg. Alles, was übrig ist, sind peinliche Sachen wie botanische Unterfäule oder Krankheiten, deren Behandlung Jahrzehnte dauert. So viel Zeit habe ich nicht. Es muss etwas geben, das ihr heilen könnt. Muss es eine verbreitete Krankheit sein? Seltene gibt es jede Menge. Ihr versteht nicht, wie das in der Medizin läuft. Wenn eine Krankheit total unbekannt ist, schert sich keiner darum, ob man sie heilen kann. Das wird mich nicht aufhalten. Ich werde eine wichtige Krankheit heilen, selbst wenn ich sie selbst erschaffen muss. Eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Die Galaxis braucht keine neuen Krankheiten mehr, Doc. Das schadet doch nicht. Ich würde sie ohnehin sofort heilen. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Aber der alte Doc muss nachdenken. Ihr solltet meditieren gehen. Oder euer Lichtschwert putzen. Was auch so. Also die Sprüche sind schon manchmal geil von dem. Endlich hat der alte Doc mal Glück. Ich hatte ein Holo-Gespräch mit dieser entzückenden Ratataki, die ich von Hutta kenne. Eine tolle Gelegenheit, etwas Bedeutendes zu heilen. Das heißt dann wohl, dass ihr nicht länger versuchen müsst, selbst eine Krankheit zu entwickeln. Wie ich immer zu sagen pflege, eine Seuche in freier Wildbahn ist besser als zwei im Labor. Der alte Arbeitgeber meiner Freundin ist der Boss eines Huttenkartells. Ein gewisser Nemro. Er hat sich mit einer unheilbaren Krankheit angesteckt. Sie frisst ihn buchstäblich bei lebendigem Leib auf. Bisher konnte niemand Nemros Krankheit heilen. Auf den Arzt, der sein Leben retten kann, wartet eine fürstliche Belohnung. Das ist meine große Chance. Habt ihr denn einen Plan, wie ihr diese Krankheit bekämpfen wollt? So wie es aussieht, habe ich damals auf der medizinischen Fakultät diese Krankheit studiert. Es gibt eine experimentelle Behandlung, aber die wurde nie ausprobiert. Zu gefährlich. Aber ich habe mir gedacht, wenn es einen sicheren Ort gibt, um mit toxischen Chemikalien zu experimentieren, dann ist es ein Jedi-Raumschiff. Das macht euch doch sicher nichts aus. Sagt mir einfach, dass ihr wisst, was ihr da tut. Also so gut solltet ihr mich doch mittlerweile kennen. Abgesehen davon habe ich die Lösung schon vor Stunden gemischt. Und das Schiff ist noch intakt. Und jetzt lasst dem alten Doc Platz zum Arbeiten. Ich muss Medizingeschichte schreiben. Oh Gott. Die Formel des Mittels ist fertig. Und zum Glück ist Nemro nur noch die Hälfte des Hutten, der er einmal war. Meine Freundin ist schon unterwegs, um zu helfen. Sitzt meine Frisur? Und bin ich passend angezogen? Für die Geschichtsbücher sollte der alte Doc möglichst gut aussehen. Ich bin mir sicher, eure alte Flamme wird beeindruckt sein. Wieso kommt sie eigentlich her? Puttenpolitik ist kompliziert. Wenn ich Nemros Leben rette, werden sich die Holo-Journalisten um mich reißen. Oh, da kommt sie! Wen haben wir denn da? Diese neue Tätowierung ist toll, meine hübsche. Schicke Kanone. Bringen wir es hinter uns. Ich mag es nicht, die Geisel zu spielen. Erst recht nicht für euch. Ich muss sicherstellen, dass Nemro mich nicht für sich allein behalten will, sobald ich ihn geheilt habe. Hutten verwechseln Dankbarkeit oft mit Entführung. Nemro hat eine Schwäche für meine Freundin hier. Ich bezahle sie, damit sie als meine Geisel hier bleibt, während ich nach Hutta fliege. Brillant, was? Wenn ihr euch wegen Nemro Sorgen macht, nehmt mich mit. Dieser Geiselplan ist doch lächerlich. Jedi haben keine Einreiseerlaubnis auf Hutta. Das wird funktionieren, glaubt mir. Bleibt ihr ruhig hier, während ich mich um das Geschäftliche kümmere. Ich bin bald wieder da. Nemro wird so gesund sein wie ein Rancor in einer Fleischfabrik. Sonst will ich nicht mehr Doc heißen. Die Jedi-Standards müssen ziemlich weit unten sein, wenn ein Wurm wie der Doc als Verbündeter durchgeht. Spricht man so über einen alten Freund? Einen Freund, der euch offensichtlich bewundert? Von Männern, die mir nicht das Wasser reichen können, werde ich meistens verehrt. Wie dem auch sei, genug geplaudert. Gibt es in diesem Rostkübel irgendwas ordentliches zu essen? Ich bin am Verhungern. Frag mein Druiden. Ich habe es geschafft! Nemro wird leben! Die Krankheit ist geheilt! Er regeneriert bereits verlorenes Gewebe und Organe. Wunderbare Neuigkeiten. Ich kann gehen. Es war unterhaltsam. Wollt ihr denn nicht hierbleiben und mit uns feiern? Nein. Ihr habt heute großartige Arbeit geleistet und eine unheilbare Krankheit geheilt. Ihr habt ein Leben gerettet. Noch besser. Ich habe ein berühmtes Leben gerettet. Das ist genau die richtige Geschichte für das Xenomedizinische Journal. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich werde euch bei den Danksagungen in meinem Artikel erwähnen. Sogar ganz oben. Oh. Ah, fertig geschnallert. Schön. Hast du etwas für mich? Falls die Senatorin schuldig ist, will ich ihr keine Gelegenheit geben, die Beweise zu vernichten. Es war erleuchtend, so viel Zeit bei euch und unter den Jedi zu verbringen. Das war ja beinahe ein Kompliment. Es überrascht mich einfach nur, dass mir ein Jahr mehr über die Macht beibringen konnte als die Sith. Rewan lehrte mich effektiv zu sein, als ich der Zorn des Imperators wurde. Und jetzt habe ich genau so viel von euch gelernt. Ihr habt auch meine Augen geöffnet. Und ich dachte, ihr würdet mir nicht zuhören. Du hast mir die Augen geöffnet, aber nicht die Ohren. Hehehe. Willkommen zurück. Meine ehemaligen Kameraden waren gute Soldaten. Ich kann nicht glauben, was aus ihnen geworden ist. Wenn ich nach diesem ersten Einsatz nicht versetzt worden wäre, dann hätte ich auch einer von ihnen sein können. Ihr hättet das Blutunschuldige auf euren Händen nicht ertragen. Ihr seid nicht wie sie, Sergeant. Nein, das bin ich nicht. Es ist eine viel größere Ehre, eurem Trupp zugeteilt zu sein, Jedi. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir gemeinsam dem Imperator entgegentreten. Ich werde dich aber nicht mitnehmen. Ich habe eure Kampftaktik analysiert, Jedi. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich glaube, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, wie ich meine Kampfeffizienz um weitere 25,4% steigern kann. Warum testen wir eure neuen Taktiken nicht im Einsatz? Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet, Jedi. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Alles, nur das nicht. Ich will nicht mit dem rennen. Kira, mein Schatzi. Ich frage mich, was notwendig ist, um das Sith-Imperium für immer zu zerstören. Den Imperator töten? Korriban zerstören? Unsere Liebe. Unser Ziel ist es, den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Und wir werden so lange kämpfen, bis das geschieht. Wann haben die Sith je aufgegeben? Kein Sieg über die Sith ist je von Dauer. Wir löschen sie aus, sie tauchen wieder auf. Fühlt sich nicht an, wie gewinnen. Die Mühlen des Krieges müssen zum Stillstand gebracht werden. Vielleicht findet ihr ja heraus, wie das geht. Ich soll ein jahrtausendealtes Problem ganz allein lösen? Wollt ihr nicht noch ein bisschen Druck ausüben? Wir können wohl nur auf eines zählen. Ganz egal, wie oft sie zurückkehren. Die Sith gehen jedes Mal wieder unter. Naja, ich auch mal. Leider nicht immer. Habe ich denn hier Zugriff auf meine ganzen Gefährten? Ja, habe ich. Sehr schön. Du hast nur ein Blastergewehr. Du hast ein Lichtschwert. Du hast ein Lichtschwert. Du hast noch keine fette Kanone. Wo kriegst du die da? Okay, dann können wir die nämlich verticken später. Hier. Die Brutalität der Sith kennt keine Grenzen. Alter, vor dem Fenster quatschen, wie so laut das nervt. Ich weiß, dass ihr es mit den Bewohnern von Vos nicht leicht hattet. Ne, das ist ja so schlimm. Ich hoffe, das hört man nicht im Stream. Die Vos sind seltsam, aber letztlich brauchte ich ihre Hilfe, um zu gewinnen. Es zeugt von wahrer Stärke, wenn man zugeben kann, dass man von anderen Hilfe benötigt. Ich hoffe, dass ihr auch stark genug für das seid, worum ich euch nun bitten werde. Immer. Einer unserer vermissten Jedi ist wieder aufgetaucht und es gibt schlechte Neuigkeiten. Warren Sidoro hat das republikanische Flaggschiff Valiant angegriffen und geändert. Hinter was ist Warren her? Die Valiant steht unter dem Kommando von Admiral Dabrin, einem unserer führenden Militärbefehlshaber. Er hat dem Imperium schweren Schaden zugefügt. Admiral Dabrin ist komplett in die Kriegspläne der Republik eingeweiht. Wenn das imperiale Militär diese Information bekommt, wird es uns zerschmettern. Ihr versteht nicht. Der gefallene Jedi dient dem Imperator. Wir müssen herausfinden, was sein Auftrag ist. Wir haben viele Gründe dafür, diese Sache zu verfolgen. Wo müssen wir hin, Meisterin Satil? Die Valiant hat bei diesen Koordinaten ihren Kurs verlassen. Befreit sie, rettet den Admiral und bringt die Pläne des Imperators in Erfahrung. Schnell, die Crew der Valiant hält nicht mehr lange durch. Alles klar. Errungenschaft, freigeschaltene Visionen von Licht und Finsternis. Ach du was. Okay, das ist eine Menge. Das ist sehr, sehr viel. Was ist denn das? Immerwärnder Brustschutz. Immerwärnder Brustschutz. Immerwärnder Brustschutz. Okay, das behalten war. Das nicht. Hä? Warum kann ich... Nein, C will ich haben. Wo wird denn das eingesetzt? Ach, das ist für... Ah, okay. Das wird verkauft. Das... Keine Ahnung. Das wird verkauft. Das brauche ich nicht. Ich kriege kein XP mehr. Hier haben wir noch was. Alles andere ist schlecht. Okay. Aber dieses immerwährende Set, das... Da müssen wir noch ein bisschen sammeln, würde ich sagen. Ja. Äh, hier. Genau. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Äh, wo muss ich denn Reise zu... Valiant? Äh. Die wollen schon wieder alle reden! Why? Och nö, der auch! Der hört doch wieder nicht auf. Der findet kein Ende. Oh, der auch noch. Äh. Du solltest nicht sprechen, T7. Ohne die ganze Arbeit, die du zur Aufdeckung der Wahrheit investiert hast, wäre das alles nicht möglich gewesen. Das selbe könnte ich von dir sagen, T7. Deshalb sind wir ja so ein gutes Team. Keine Sorge, kleiner Freund. Wo ich hingehe, sollst auch du hingehen. Es ist schön zu wissen, dass mein Erbe nach meinem Tod weiterleben wird. Ach, ist der knurrig. Ich wollte den Imperator schon so lange tot sehen. Und doch kann ich mir die Galaxis ohne ihn nicht vorstellen. Als ich geboren wurde, war der Imperator das Imperium. Alles existierte nur, um seinen Launen zu dienen. Er stand so weit über uns. Niemand, sei es Sith oder Sklave, wagte es, die kleinste Meinung über ihn zu äußern. Ihr habt ihm persönlich gedient. Wie ist er? Als ich anfing, ihm zu dienen, wusste ich nicht, dass es so schwierig sein würde, dass der Imperator nur ein Mensch sei, isoliert von unvorstellbarer Macht und seiner Unfähigkeit, den verräterischen Kriechern zu trauen, die ihm untertan waren. Ich lag falsch. Er ist eine Krankheit, die ausgerottet werden muss, bevor sie uns alle umbringt. Ich werde ihn aufhalten. Dann hört auf mich. Die Unsterblichkeit hat einen schrecklichen Preis. Geschmack. Gerüche. Berührungen. Farben. Erfühle. Der Imperator und ich nehmen nichts mehr davon wahr. Wir sind nicht mehr sterblich. Denkt daran, wenn ihr dem Imperator gegenüber tretet. Was passiert, wenn ich durch seinen Kopf das Licht schwirrt, jage? Dann müsste er ja rein theoretisch sterben. Hm. Ich finde mal irgendwann heraus. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Irgendein blöder Kopfgeldjäger hat Nemro den Hutten getötet, bevor das Xenomedizinische Journal ihn untersuchen konnte. Sie können nicht bestätigen, dass meine Behandlung funktioniert hat, weil Nemro nur noch ein Haufen Schleim war. Es gibt keinen Beweis, dass ich ihn gerettet habe. Ich weiß, wie hart ihr gearbeitet habt, um dieses Heilmittel zu entwickeln. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hutten sind tausend Jahre. Nemro war erst 600. Dämlicher Kopfgeldjäger. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass noch jemand an dieser Krankheit erkrankt und ich ihn heilen kann. Aber wer weiß, wann das passiert. Diese Krankheit ist selten. Es könnte Jahre dauern, wenn nicht Jahrzehnte, bevor ich es wieder versuchen kann. Ein Leben wurde ausgelöscht. Und ihr könnt nur daran denken, wie ungelegen euch das kommt. Ich dachte, ihr wärt nicht so armselig. Ich dachte, ihr wärt ein Heiler. Habe ich mich geirrt? Nemro war nicht nett. Aber er hatte es nicht verdient, vaporisiert zu werden. Ich werde eine respektvolle Anerkennung zu seiner Trauerfeier schicken. Wisst ihr was? Das Xenomedizinische Journal kann von mir aus in einem schwarzen Loch verschwinden. Ich fange einfach mein eigenes Journal an. Ich hatte genug medizinische Abenteuer in den letzten Jahren, um eine ganze Bibliothek zu füllen. Und ich werde allen davon berichten. Euer Wissen wird die Galaxis zu einem besseren Ort machen. Und wenn ich gleichzeitig ein bisschen berühmt dabei werde, ist das auch in Ordnung. Ein Holonetz-Journal zu veröffentlichen wird nicht einfach. Ich werde Rekorder brauchen, Lektordroiden und einen richtig guten Sprecher. Das wird nicht billig. Ich werde für meine Dienste eine Bezahlung verlangen müssen. Ihr versteht das sicher. Warum klauen wir uns das Geld nicht bei einer imperialen Bank? Deswegen habe ich euch gerne in meiner Nähe. Ihr sprecht aus, was ich denke. Ja! Ah ja, komm, scheiße auf die paar dunklen Punkte, ey. Aber, klar, Credits von so einer imperialen Bank klauen, warum nicht? Also, ich wäre allzeit bereit dazu. Gut, der da oben will nicht reden. Das ist schon mal gut. Erbitte erlaubt es, frei zu sprechen, Jedi. Nee. Ihr habt sonst auch noch nie die Erlaubnis gebraucht, frei zu sprechen, Rask. Aber was ich gleich sagen werde, Jedi, könntet ihr als kritisch auffassen. Als ich eurem Trupp zugeteilt wurde, hatte ich einige Bedenken. Die Jedi sind für ihre Disziplin und Selbstlosigkeit bekannt. Und für ihre pazifistischen Ansichten. Es freut mich, dass meine Bedenken unbegründet waren. Mir ist schleierhaft, wieso ihr nach Hoth noch denken konntet, ich sei Pazifist. Wie ich schon sagte, meine Bedenken waren unbegründet. Ich stamme aus einer pazifistischen Kolonie, Jedi. Wir wurden ständig schikaniert. Von Piraten, Gesellschaften, Hutten, sogar Regierungen. Sobald ich konnte, ging ich zum Militär. Der Frieden kommt nur zu denen, die bereit sind, dafür zu kämpfen. Ah ja. Das spannt die Lage sicher ein bisschen an. Vor zehn Jahren wurde die Kolonie von den Sith angegriffen. Meine Familie wurde getötet. Sie haben sich nicht gewehrt. Die Sith haben sie einfach zerquetscht, so wie man auf Käfer tritt. Dafür werden wir den Imperator zur Verantwortung ziehen, Rask. Das verspreche ich euch. Ich danke euch, Jedi. Wir sollten jetzt jedenfalls weitermachen. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Werde ich ja müssen. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Äh, ansonsten war nur noch Kira. Yo. Oh, Schnückelchen. Also gut, Großer. Wir müssen reden. Wisst ihr, was ich meine? Immer, wenn ihr mich Großer nennt, weiß ich, dass es ums Küssen geht. Lasst die Augen besser noch offen. Nur weil die Galaxis nicht jeden Moment implodieren könnte, bedeutet das nicht, dass wir alles stehen und liegen lassen sollten. Uns geht es gut. Die Frage ist nur, was für ein Leben werden wir führen? Ich kämpfe diesen Krieg doch nur für die Frau, die ich liebe. Die dieses Schiff in ein Zuhause verwandelt. Ich werde den Rest meines Lebens mit euch verbringen, Kira. Bin gewollt. Natürlich will ich. Danke, dass ihr gefragt habt. Oh, diese Geknutsche immer. Nehmt euch ein Zimmer. Das klingt genau richtig. Zu schade, dass wir kein Fest machen und alle einladen können. Aber eigentlich ist es auch egal. Ich schicke die anderen auf eine Mission. Dann haben wir das Schiff ganz für uns allein. Seht zu, dass es eine richtig lange Mission ist. Okay. Wir wissen alle, was sie jetzt gemacht haben. Daran könnte man sich gewöhnen. Aber das tue ich besser erstmal nicht, solange der Krieg noch nicht vorbei ist. Je schneller wir das Imperium ausgeschaltet haben, desto eher können wir solche Momente ständig erleben. Also nichts wie los, Süßer. Hattet ihr mich gerade erst auf Süßer genannt? Alles klar. Eine echt Jedi-Hochzeit. Das ist leider keine Quest. Schade. Schade, schade, schade. Schokolade. Oder? Was ist denn das hier? Hä? Hä? Was ist denn das? Hä? Wer weiß. Wer wird mal irgendwann herausfinden. Ähm, wo müssen wir denn jetzt hin? Reise nach Valiant. Das ist dort. Unwiederbringlich. Wir sind dort. Dann dahin. Rostet mich. 150. Egal. Wir haben es. Hobbystoff. Ja, wir haben es. Yay. Ist man angekommen? Ist man angekommen? Erstmal ein Stück Kwee trinken. Wat muss, dat muss. Ne, geht gleich weiter. Ich kann hier natürlich nicht rumgleiten. Ach, du willst mich doch. Ähm. Wo komme ich denn da hin? Ah. Ah. Ähm. Ich will das jetzt nicht anklicken, tatsächlich. Weil nicht, dass ich da irgendwie... Ach, scheiß drauf. Oh, die Tür ist geschlossen. Wow. Wenn ich jetzt in die Richtung renne, komme ich dahin, wo ich... hin muss. Okay. Da lang komme ich nirgends von. Ich kann nur Zeug verkaufen. Das ist natürlich das Beste. Melden Sie Ihre Beschwerden. Weg, 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 weg. 400.000. Das kostet mich 600.000. Erfordert Stube 75, erfordert Berühmtheitsgrad 1, verbessert Ruhm 2, bla bla bla, erhöht die Menge an Ruhmpunkten für alle Inhalte um 2% dieser Erhöhung. Was holen wir mal, was holen wir, bla 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 bla. Äh, 400.000. Reduziert die benötigungszeit zum Vergeben von Geschenken. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich will ja alles haben. So, weiter geht's. Ähm, kämpft zu. Danke. Alle besiegt. Nice. So, in welche Richtung gehen wir jetzt? Wir gucken mal hier rein. Du stirbst auch. Alter, was macht denn der mit mir? Wieso hat denn der mich so hochgebauen? Fall mal um. Oh, ist schon wieder diese hässliche Maske? Äh, 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 äh. Okay, äh, Skurge, du machst den Kurs, ich mach die klein. Boah, ne, ich mach den Kurs mal klar. Irgendwie war das klar, dass ich auf den Großen gehe. Oh, da hinten ist es ja schon. Ähm, stopp mal. Das sehe ich jetzt erst. Ich möchte mich schon mal healen. Oh, ein Lichtschwert. Das ist der Jedi. Okay. Es war mir von Anfang an klar, dass der böse ist. Der hatte schon diese Augen gesperrt. Noch einen Schritt näher und der Admiral stirbt. Was mit mir geschieht, spielt keine Rolle. Er wird uns alle vernichten. Tötet ihn! Wie kann er uns alle vernichten? Es ist nur ein Schiff. Er hat etwas mit meinem Kopf gemacht. Er hat mich gezwungen, die Sicherheitscodes für unsere gesamte Flotte zu verraten. Dieses Flaggschiff gehört dem Imperium. Bleibt und das Blut des Admirals wird an euren Händen kleben. Ist das Sith-Imperium so weit gesunken, dass es sich hinter alten Männern versteckt? Ich habe mehr erwartet, Warren. Ich habe mehr als 50 Sith in meinem Leben getötet. Ich werde ebenso viele Jedi töten, ehe es mit mir aus ist. Eure Jugend wird euch nicht retten. Doch. Mein Meister gab mir all die Kraft, die ich brauche, um das hier zu Ende zu bringen. Oh, Töcke! Oh, Töcke! Mit eurer Macht könntet ihr alles tun und sein. Ihr könntet Welten beherrschen, alle Feinde vernichten, jede Frau haben, die ihr wollt. Ihr könnt mich damit nicht locken, Warren. Das alles brauche ich nicht. Aus euch spricht doch nur der Rat. Denkt doch für euch selbst. Ich habe wahre Macht gekostet. Ich werde niemals zu den Jedi zurückkehren. Dieser Krieg ist beinahe vorüber. Meister Braga wird das Imperium auf Corellia zum Sieg führen. Milliarden werden sterben. Ihr habt mir gerade gesagt, wie ich den Imperator aufhalten kann. Entweder wollt ihr das, oder ihr lügt. Vielleicht ist es ihm egal, was ihr glaubt. Wieso sollte ich Angst davor haben, euch mitzuteilen, dass ihr bereits versagt habt? Corellia wird Fall und die Republik ebenso. Das Wissen im Kopf dieses Mannes könnte die Republik vernichten. Er ist ein Verräter. Wir können ihn nicht leben lassen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Bringt es zu Ende. Wir können nicht riskieren, dass er entkommt und dem Feind verrät, was er weiß. Es gibt nur eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das nicht geschieht. Genau. Wir befinden uns im Krieg. Wir können es uns nicht leisten, sentimental zu werden. Lebt wohl. Genau, so machen wir es. Ich bin froh zu sehen, dass die Jedi bereit sind, ihre eigenen Fehler zu beseitigen. Immer, also ich zumindest. Wenn diese Informationen über Corellia wahr sind, sind unsere Truppen in Gefahr. Wir sollten besser alles mobilisieren, was wir haben. Ich werde das Robo-Kommando alarmieren. Ihr informiert euren Rat. Viel Glück. Okay, ich sage aber, dass du den getötet hast. Also, so viel muss sein. Sag mal. Ne, der lag nicht mehr da. Okay. Komm ich jetzt durch die verschlossene Tür? Ja, auf jeden Fall schön. Nö. Toll. Ich wollte mir die Raumstufe angucken. Ja. Ein Stück KW tut immer gut. Kannst du einmal die Schnauze halten, wenn ich das Schiff betrete? Mann, der nervt. Ha. Ich hatte mal Abo und ich kann jetzt den Lagerraum benutzen. Äh, muss da noch irgendwas rein? Was ist denn das? Kriegsvorräte, Invasionsstreit macht. Keine Ahnung, was das ist. Aber hier würde ich tatsächlich nochmal einlagern wollen. Ähm. Das machen wir mal da hin. Alles andere wird halt größtenteils verkauft. Cool. Kannst du den Lagerraum doch noch nutzen? Äh. 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 Wenn Meister Braga den Feind unterstützt. Der Imperator hat kein Interesse daran, Corellia zu erhalten. Er will den Tod von Milliarden, um sein Ritual voranzutreiben. Findet Meister Braga und setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Nehmt sofort Kurs auf Corellia. Okay, da gab's ja auch verdumbe Punkte. Corellia kostet 1000, mindestens. Habe ich ja gesagt, mindestens. So, aber bevor es weiter geht, ich mach ein kurzes Päusle und bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Corellia befindet sich im totalen Kriegszustand. Die Republik und das Imperium kämpfen ohne Gnade. Die Verluste sind niederschmetternd und das nicht nur aus militärischer Sicht. Stündlich sterben tausende Zivilisten. Und jeder Tote bringt den Imperator seinem Ziel näher. Aha. Und genau deshalb dürfen wir uns nicht zurückziehen. Wenn die Republik abrückt, wird das Imperium jedes Wesen hier auslöschen. Unser Feind braucht keine Waffe, die ganze Planeten zerstören kann. Der Krieg selbst wird ihm bringen, was er will. Meister Toll Braga hilft dem Feind. Er weiß, wie er uns treffen und unsere Bemühungen, den Planeten zu retten, zum Nichte machen kann. Für den Sieg ist es unbedingt notwendig, dass wir Meister Braga aus der Kontrolle des Imperators befreien. Das ist ein großer Planet, er könnte überall sein. Er kommandiert Legionen der Imperialen und Sith? Das geht nicht aus einem Versteck heraus. Es leben nur noch wenige Jedi auf Corellia. Ichige Verstärkungen aus dem Ort der Rhym. Aber das sind unerfahrene Leute. Wir brauchen einen starken Anführer für diese Schlacht. Ich ernenne euch zum Oberbefehlshaber der Jedi-Truppen auf Corellia. Ich werde diese Krise mit so wenigen Opfern wie möglich beenden. Corellia darf nicht fallen. Ihr habt zwei Aufträge. Unterstützt mit unseren Truppen den Militäreinsatz der Republik und findet Meister Braga. Bis Verstärkung eintrifft, solltet ihr die wenigen Jedi sammeln, die noch auf der Oberfläche sind. Mein Kontakt, Captain Rigdeen, wird euch helfen, sie zu finden. Ich schicke euch seine Koordinaten. Möge die Macht mit euch sein. Aber jetzt macht ihr eigentlich das Päuschen. Wenn nicht wieder eine Konversation kommt. Nein, gut, dann mache ich jetzt mein Päuschen und bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.